... Vielen Dank. 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 unserer Schadefeier geplant und umgesetzt haben. Danke an die Gastronomie des El Toro, Frau Piestanska und Herr Koputschake mit ihrem Team, die uns heute Abend kulinarisch versorgen und bewirken. Ein ganz großer Dank geht an die Stadt Frankenberg, dass dieses Gebäude, das neue Philipp-Soldan-Forum, nach einer langen Bauzeit rechtzeitig fertiggestellt wurde und uns mit so viel Modernität, Funktionalität, Schönheit und Wärme empfängt und wir dieses heute Abend mit allen Sinnen genießen dürfen. Die Ziele und Grundsätze der Lions, we serve, Lions helfen. Unter diesem Motto steht all unser Handeln, alle Projekte sind diesem Ziel verpflichtet. Zugleich haben wir einen hohen ethischen Anspruch an unsere Mitglieder, der sich klar in unseren Grundsätzen widerspiegelt. Wir schließen uns dem Ziel von Lions International an, die lauten, den Geist gegenseitiger Verständigung unter den Völkern der Welt zu wecken und zu erhalten. Die Grundsätze eines guten Staatswesens und guten Bürgersinn zu fördern, aktiv für das bürgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Wohl der Gesellschaft einzutreten, die Clubs in Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Verständnis zu verbinden, ein Forum für die offene Diskussion aller Angelegenheiten von öffentlichen Interessen zu bieten, ohne jedoch politische Fragen parteiisch und religiöse Fragen intolerant zu behandeln, einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, ohne daraus persönlichen Nutzen zu ziehen, Tatkraft und vorbildliche Haltung in den Bereichen des Handels, der Industrie, des Berufs sowie des öffentlichen und privaten Lebens zu entwickeln und zu fördern. Auch ein 50-jähriges Jubiläum steht in der Pflicht, wie Self. Zu unserem traditionellen Kult-Kult-Essen am 04.02.2023 hatte ich schon angekündigt, dass wir den Schwerpunkt der diesjährigen Hilfe und Unterstützung den Spaltkindern widmen werden. Jedes Jahr werden weltweit etwa 250.000 Kinder mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalde geboren. Ohne Behandlung leiden die Spaltkinder ein Leben lang unter ihren Folgen. Je nach Art und Umfang der Fehlbildung können Babys nicht richtig schlucken, essen und trinken. Und sie bleiben anfällig für Infekte und Abszesse im Mundrauch. Nicht selten sterben Spaltkinder noch vor ihrem ersten Geburtstag. Oft werden sie wegen ihres Aussehens ausgegrenzt und ihre Familien leben am Rande der Gesellschaft. Eine Operation kostet nur 300 Euro. Und wir wollen helfen, dass möglichst viele Kinder operiert werden können und somit einerseits lebensfähig und andererseits wieder als vollständige Mitglieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Unser Ziel ist es, 50 Kindern eine Operation zu finanzieren. 50 Familien, die Sorgen und Nöte vor Ausgrenzung zu nehmen und somit die Rückkehr in das normale gesellschaftliche Leben zu ermöglichen. Dazu benötigen wir 15.000 Euro. Die Organisation dieser Activity Spaltkinder hat unser Leidensfreund Thorsten Spohnholz übernommen und wird später noch einmal auf dieses Thema zurückkommen. Zusätzlich werden wir aus den von den Leidensmitgliedern generierten finanziellen Mitteln die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien mit einem fünfstelligen Betrag unterstützen. Leidensjahr 1972-73 Gründungsjahr des LC Frankenberg-Ener Ich darf an dieser Stelle Gründungspräsident Dr. Peter Neumann auszugsweise zitieren. Etwa 20 Jahre nach der Gründung des ersten Leidensclubs in Deutschland gab es solche Clubs nach wie vor nur in Groß- und Mittelständen. Das Einzugsgebiet ländlicher Clubs umfasste große Entfernungen. Der LC Bad Wildungen hatte Mitglieder, die in vier verschiedenen Landkreisen beheimatet waren, wobei teilweise bis zu 40 Kilometer zum Clubabend angereist werden musste. So entstand der Gedanke, von Leidens International gebührend herausgestellt, die Leidens-Idee durch Club-Neugründungen in Kleinstädten zu verstärken. Da Korbach bereits für eine solche Gründung im Bereich des LC Bad Wildungen im Gespräch war, schlug ich dem Präsidenten Dr. Hermann Bing vor, auch in Frankenberg einen Club ins Leben zu rufen, was der Vorstand des LC Bad Wildungen lebhaft begrüßte. So sprach ich eine Reihe langjähriger Freunde, aber auch mir kaum bekannte Herren an, von denen anzunehmen war, dass sie die Leidens-Idee gegenüber aufgeschlossen waren. Bald waren 17 Männer gewonnen, die die Gründung des LC Frankenberg wagten. Immerhin gelang es, den Club im ersten Jahr 22 Mitglieder zu erweitern, sodass die Schade erteilt werden konnte. Mit großem Engagement haben mir die Leidens-Freunde geholfen, das erste, das schwierigste Jahr mit Leben zu erfüllen. Die Referate aus dieser Zeit fanden Durchblick stärkste Beachtung, hatten bisher die Mitglieder doch kaum Gelegenheit gehabt, aus dem Berufsleben des anderen so umfassende Informationen zu sammeln. Von Anfang an haben uns die Nachbarclubs geholfen, indem sie Freundschaft, Interesse bekundeten und uns die Wege in die Gemeinschaft der Deutschen Leidens ebneten. Besonders zu erwähnen sind hier die Clubs Bad Wildungen, Bad Hersfeld und Bad Werdeburg. Der Besuch anderer Leidensclubs hat uns immer wieder bereichert und uns davor bewahrt, einseitig zu werden. Höhepunkt des Leidensjahres war selbstverständlich die Schaderfeier am 12. Mai 1973 auf Schloss Waldeck. Ein glanzvoller Abend mit vielen Gästen von nah und fern, musikalisch von Kindern der Mitglieder umarmt, mit der Festansprache von Gavner Euler-Schmidt und Glückwunschadressen der umliegenden Clubs von Kassel bis Bietenkopf. Nicht zu vergessen den Rothaaric-Club Frankenberg, mit dem uns seither manche gemeinsame Veranstaltung bis heute eng verbunden hat. Dies ist dank des persönlichen Engagements vieler Gründungsmitglieder überaus schnell gelungen. Hieraus erwuchsen manche persönlichen Freundschaften, die ohne die verbindende Leidensidee so nicht entstanden wären. Dieser gute Staat erlaubte es dem Gründungspräsidenten, nach einem Jahr zur LZ-Bad Bildung zurückzukehren, die mir seit 1963 angehörte. Er ist seither gleichermaßen in den Clubs Bad Bildung und Frankenberg zu Hause. Soweit Dr. Peter Neumann. Wir nehmen heute Abend freudig zur Kenntnis, dass zu unserer 50. Schalterfeier der amtierende Präsident des Leidens-Club Bad Bildung, Herr Guthal, unser Gast ist. So schließt sich der Bogen der damaligen Gründung mit unserem Jubiläumsjahr. Zu unserem heutigen feierlichen Abend möchten wir auch an die in den letzten 50 Jahren verstorbene Mitglieder des Leidens-Club bedenken und die Wirken in Ehren halten. Bezugnehmend zu den Ausführungen von Dr. Peter Neumann kann ich Ihnen mitteilen, dass nach wie vor zwischen den Leidens-Mitgliedern untereinander sowie mit den rotarischen Freunden eine enge und freundschaftliche Beziehung gelebt wird. Jubelage mit Farnham-Lions. Seit dem 28. Oktober 1994 ist der Leidens-Club Frankenberg mit dem offiziellen englischen Leidens-Club Farnham, südlich von London gelegen, offiziell freundschaftlich verbunden. Dr. Rolf Plutner und der Bankier Howard Lee trafen sich im Jahre 1988 bei der Leidens-World Convention in Denver, Colorado, wo beide zu Leidens-Gaberners bestimmt wurden. Sie schossen Freundschaft und kamen überein, dass sich ihre heimwaltlichen Clubs sehr ähnlich seien und eigentlich auf Freundschaft genießen und schließen sollten. Die Jubelage fand mit großer Beteiligung der Frankenberg-Leidens-Freund-U-Partner in Kastel statt. In einem Festakt unterzeichneten die beiden Präsidenten Bill Doll und Dr. Rüdiger Frank die Freundschaft zur Runde. Im Sinne der Völkerverständigung pflegen die beiden Clubs über Jahre einen intensiven Austausch, regelmäßige Treffen, gegenseitige Unterstützung bei Aktivitäten und die Durchführung gemeinsamer Projekte haben im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft entstehen lassen. Derzeit umfasst der Leidens-Lupf-Rangenberg 35 Mitglieder, ab nächster Woche Freitag 36, zwei Damen und 34 Herren. Es ist uns im Clubleben schon immer sehr wichtig gewesen, die Partner in vollem Umfang mit einzubinden, denn ohne die Unterstützung wären so manche Aktivitäten nicht durchführbar gewesen. Gemeinsame Unternehmungen und Clubverhalten haben diese Gemeinschaft auch außerhalb der Clubabende weiterhin verstärkt und freundschaftlich verbunden. Ich sage ganz herzlich Danke, danke für Ihren Besuch, danke für Ihr Interesse an Leidens, Danke für Ihre überwährende Unterstützung. Nun wünsche ich Ihnen und uns allen einen schönen Abend, viel Freude, nette Gespräche, genießen Sie den Abend in diesen neuen, wunderschönen Räumen und bleiben Sie uns, den Leidens, auch in Zukunft verbunden. Dankeschön. Dankeschön. Ich bitte nun, Herrn Bürgermeister, ein Grußwort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Volker Bouffier, ehemaliger Ministerpräsident, wir kennen uns auch schon lange, lange Zeit, wir haben gerade schon die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Liebe Leidensfreunde, meine sehr vielen Damen und Herren. Zunächst mal herzliche Begrüßung, Sie müssen heute Abend auch einiges noch über Philipp Soltern erfahren, das habe ich mir wirklich fest vorgenommen, da kommen Sie nicht nur hin, denn ich hatte Ihnen, Herr Bayer, irgendwann einmal versprochen, wenn Sie Ihre Charterfeier machen, dann haben wir vorher das Philipp Soltern Forum eingeweiht und Wort gegeben, Wort gehalten, das muss ich ganz offen dazu sagen, wobei der Name für viele noch gewöhnungsbedürftig vielleicht ist, weil viele erinnern sich noch an die Ederberglandhalle, aber ich sage, der Name fühlt sich richtig an, der fühlt sich für mich gut an, wir bleiben auch dabei. Und ich habe das diese Woche auch schon mal, dieses Zitat gehabt, als wir diese schöne Forum eingeweiht haben, es ist gar nichts an einem Feste ohne Wohlgeputz vornehme Gäste und das sind Sie natürlich alle und in diesem Sinne möchte ich natürlich herzlich gratulieren, den Leidens Frankenberg für 50 Jahre da sein, für 50 Jahre eintreten für die Gesellschaft und natürlich im Namen der städtischen Gremien wir nun auch ganz persönlich gratulieren. Es ist auch, Herr Bayer, die erste große Feier nach der Einweihung, das kann man ganz offen dazu sagen, wir hatten natürlich schon die Stadtverordnetenversammlung hier in diesem Hohen Haus, wir hatten gestern Abend ein tolles Konzert, auch hier in diesen Räumlichkeiten, alles fühlt sich wirklich gut an. Ich bin natürlich auch die letzten Wochen häufig gefragt worden, war das alles nötig, eine so teure und aufwendige Sanierung, ein neuer Name, ich darf Ihnen dazu sagen, meine Damen und Herren, dafür gibt es für mich nur ein klares Ja und dabei bleibe ich auch. Und nach gut zwei Jahren, ich wurde vorhin mal gefragt, ja, wo hat man denn die letzten Jahre gefeiert, als diese Halle nicht in Betrieb war? Ich habe die Antwort gegeben, vielleicht haben wir drei Jahre Ausfälle gehabt wegen Pandemie und nun können wir endlich einmal wieder gesellschaftlich zusammenkommen, gesellschaftlich leben, Freundschaft pflegen und so weiter. Diese Halle hat eine wesentlich bessere Energiebilanz, aktuelle Veranstaltungstechnik, hervorragend gute Akustik. Gestern Abend sagte mir, jemand aus dem Nachbarort aus Bottendorf, er sei letztes Jahr in der Elbphilharmonie gewesen, dieser hatte es ja besser gesagt. Also das Lob kam von außen, ich habe es nur einfach weitergebracht, natürlich Selbstlob tut auch manchmal gut. Wir wollen natürlich die Zukunft für Frankenberg und die Region insgesamt aktiv gestalten, wir wollen nach vorne schauen und unser schönes Frankenberg weiterzuentwickeln. Dafür muss man auch manchmal tiefgreifende Entscheidungen treffen und Änderungen ermöglichen. Und wenn ich mich heute hier umschaue und vorhin auch die Meinung draußen im Foyer schon gehört habe, so hat sich der Aufwand wirklich sehr gelohnt. Und wir haben, Herr Ministerpräsident Nadeh, ja vor einigen Jahren auch den Zusatz für unsere schöne Stadt schon bekommen, als Philipp Soldernstadt. Dafür sage ich auch der Landesregierung vielen herzlichen Dank, dass das alles funktioniert hat. Und somit wollen wir natürlich eine der wichtigsten Persönlichkeiten immer mehr in den Mittelpunkt stellen. Das ist halt Philipp Soldern, gelebt von 1500 bis 1570. Einen genauen Geburtstag wissen wir nicht, Todestag wissen wir auch nicht, aber wir wissen aufgrund verschiedener Tatsachen, dass er in diesem Zeitraum gelebt hat. Und ich sage immer, wir in Nordhessen sind ja schon ganz speziell, muss ich dazu sagen, das weiß der Ministerpräsident aus Mittelhessen auch sicherlich sehr gut. Wir denken so, wie wir sind. Und wir arbeiten so, wie wir sind. Aber wir dürfen auch ruhig mal stolz sein. Wir dürfen nach vorne schauen, wir dürfen mutig sein und dürfen sagen, Mensch, wir in Nordhessen sind gut. Und das ist mir ganz wichtig, auch in diesem Rahmen ruhig einmal zu sagen. Es soll ein Raum für Kultur und Kommunikation sein, wie ein Forum halt schon immer war. Und das wollen wir auch leben. Aber heute Abend haben wir natürlich die erste große Feierlichkeit, 50 Jahre Charterfeier, Lions Group Frankenberg, hier in diesem neuen Forum, in dem Soldernforum. Und dafür wünsche ich natürlich alles erdenklich Gute. Und unter dem Motto, die SURF helfen Lions ehrenamtlich, dort, wo Unterstützung benötigt wird. In der Nachbarschaft, und aber auch weltweit erweitert. Das wissen Sie besser als ich. Seit mehr als 100 Jahren steht der Name Lions Club International für bürgerschaftlichen Einsatz, für den Dienst an der Gemeinschaft und Hilfe für Menschen in Not. Über 1,4 Millionen Mitglieder in über 200 Ländern. Dort ist Lions Club International tätig. Und ist, wenn ich es richtig weiß, die Mitgliederstärkste, wohl tätige Clubbewegung der Welt. und hat sogar einen Konsultatstatus in der UN. Allein in Deutschland sind 1580 Clubs mit rund 52.000 Frauen und Männern tätig. Grundlage sind gemeinsame Werte wie Menschlichkeit, Freundschaft, Wahrhaftigkeit, staatsbürgerschaftliches Bewusstsein und gesellschaftliche Verantwortung tätig. Vor Ort und in der eigenen Gemeinde, deutschlandweit und über die Landesgrenzen hinaus, verwirklichen die Lions mit viel persönlichem Einsatz das Motto, we serve, wir helfen. Und das ist wichtig, meine Damen und Herren. Auch der Lions Club Frankenberg ist ein Segen für Frankenberg und unsere schöne Region. Mit Ihrer Verpflichtung zum nachhaltigen Handeln tragen Sie positiv zur Gesellschaft und Entwicklung bei. Bitte, Herr Bein, machen Sie und Ihre Mitglieder weiter so. Und ich merke ja ein zusätzliches Mitglied ab Freitag, denn wir brauchen Sie und wollen Sie natürlich auch gerne in unserer Stadt Grenzen haben. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, mit Ihrem Club herbei. Und wenn man als Gast kommt, bringt man auch gern was mit. Das möchte ich auch tun. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Uns allen einen schönen Abend mit vielen netten Gesprächen und mit vielen interessanten Punkten. Dankeschön. Herr Bürgermeister, ganz herzlichen Dank für das viele Lob. Wir werden versuchen, diesem auch in den nächsten Jahren ein Stück weit gerecht zu werden. Danke. Herr Bürgermeister, jetzt haben Sie den ganzen Abend in Standard gesetzt. Ich muss hier allerdings öfters holen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, durch den ich Sie begleiten darf. Wir wollen einen kurzen Blick darauf werfen, wie wir den Abend miteinander verbringen werden. Herr Bein hat einiges schon kurz skizziert. Wir werden ein weiteres Grußwort nach dem Dessert hören. Frau Distriktgabernin, Frau Distriktgabernin, Erlekt, Lesegab Polan ist da. Guten Abend, wir freuen uns auf ein weiteres Grußwort. Wir werden den Blick schwenken nach Fahrem zu unseren Freunden, unsere Jumelage, die wir mit treiben. Und in diesem Zusammenhang werden wir auch weitere Informationen zu unserem heutigen Spendenprojekt hören. Und kommen dann, nach dem Dessert, zum Rilbrot. Herr Ministerpräsident, herzlich willkommen an dieser Stelle nochmal. Wir freuen uns auf Ihre Festrede. Wir wollen das Ganze miteinander bei einem Essen durchleben. Ein gutes Essen bringt gute Menschen zusammen. Das ist das Ziel des Abends. Für die Vegetarier unter Ihnen gibt es eine Wahlmöglichkeit. Darauf darf ich nochmal hinweisen. Sie haben es auf den Karten vielleicht gesehen. Der Service freut sich über einen Hinweis. Und umrahmt, und das haben wir schon gehört, wird der Abend von der Zet-Tet-Besetzung des Hinterland-Jazz-Orchesters aus Wiedenkopf und unter Leitung von Charlie & Wunschla. Das war gleichzeitig der Einsatz für Sie, meine Damen und meine Herren. Und wir gehen zur Vorspeise über einen schönen Abend. Vielen Dank. und demnächst die Governorin, die Chefin des Distrikts. Begrüßen Sie mit mir also die Distrikt-Governerin-Elect des Distrikts Mittel-Nord, Freundin Sanket-Polat. Herzlich willkommen. Applaus Vielen Dank. Applaus Liebe Leibsfreunde Finnick, vielen Dank für das Einführen und Kurzforschung. Wem nützt es? Ein Junge steht am Strand, an dem ein Sturm eine unzählige Anzahl von Fischen an Land gespült hat. Der Junge wirft zügig einen Fisch nach dem anderen zurück ins rettende Wasser. Als er von einem vorbeigehenden Spaziergänger unterbrochen wird. Der Spaziergänger fragt ihn in Handbetracht der schier unzählig am Strand gespülter Fische mit abwertender Handbewegung. Wem nützt es? Der Junge hält inne, deutet auf den sich in seiner Hand befindlichen Fisch. Dem nützt es und macht weiter in seiner Rettungsaktion. Liebe Leibsfreundinnen und liebe Leibsfreunde, sehr verehrte Gäste, der Leibs wie Sir ist 1954 bei einem internationalen Wettbewerb zu unserem Leibs-Motto ernannt worden. Der Leibs-Club Detroit spendete zwei Jahre später 1956 dem damals sechsjährigen Stevie Wonder ein Schlagzeug. Wem nützt es? Wir können das vorher nicht immer mit Bestimmtheit sagen. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Das ist der Ausspruch von meinem ältesten Clubfreund und Gründungsmitglied des Leibs-Club Laubachs, Dieter Weng, 92 Jahre alt. Ich habe Leibsfreund gestern getroffen, er lässt Sie alle recht herzlich grüßen. Nach der Flutkatastrophe im letzten Jahr haben wir Leibs in Deutschland 3,2 Millionen Euro an über 820 Haushalte und 28 gemeinnützige Organisationen gespendet. Nach der Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar in der Türkei in Syrien kam innerhalb weniger Tage, man könnte auch sagen, weniger Wochen Spendengelder in Höhe von einer Million Euro zusammen. Eine schlagkräftige Hilfsleistung von uns Leibs. Dies sind Zahlen und Fakten, anhand derer sich unsere geleistete Hilfe zeigen lässt. Es gibt aber noch andere Bereiche, in denen wir positiv wirksam sind und die sich aber nicht so schnell messen lassen. Das sind zum Beispiel unsere Kinder- und Jugendschutzprogramme, mit denen wir nahtlos aufeinander aufbauend der nächsten Generation helfen. Dasein, sich nicht wegducken, Werte vermitteln und Werte teilen, in unsicheren, orientierungslosen Zeiten Zuversicht geben. Liebe Leibsfreundinnen und Leibsfreunde, das sind unsere Sterben. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und ohne die einzelnen Teile ist das Ganze nichts. Am 7. April 1972 wurde der Lines-Club Frankenberg-Jeder mit seiner Gründungsnummer 21.734 unter der Präsidentschaft von Dr. Peter Neumann mit zunächst 16 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gerufen. Eine Bemerkung am Rande, sechs Monate später, im Oktober 1972, wurde von Lines-Club International die umweltpolitische Grundsatzerklärung verabschiedet. So haben wir hier es heute den Lines-Mitgliedern von 1972 zu verdanken, dass sie damals vor 50 Jahren den Stein des Anstoßens gelegt haben. Sie haben die Basis für das in freundschaftlicher Verbundenheit positive Wirken im Sinne von We Serve über die letzten fünf Jahrzehnte hinweg gelegt. Der Lines-Club Frankenberg-Jeder besteht laut Mitgliederverzeichnis aus der Zeit, offiziell heißt es 38, aber Sie ja bald sagten 35 Mitglieder, nächste Woche 36, ganz wunderbar, die über die letzten fünf Jahrzehnte hinweg in freundschaftlicher Verbundenheit Gutes auf regionaler, auf nationaler und auch auf internationaler Ebene geleistet haben. Der Lines-Club Frankenberg-Jeder ist eine Wertegemeinschaft, die dem Lines-Gedanken verbunden ist und über die letzten fünf Jahrzehnte hinweg hier in der Region ihre freiheitlich demokratischen Werte mit in die Gesellschaft getragen hat und somit stets, wahrscheinlich ganz unbewusst, als ein Stabilisator in der Region wirken konnte. Daher möchte ich Ihnen nun zurufen, weiter so. Last but not least, der Lines-Club Frankenberg-Jeder besteht aus mehr als seinen 35 Mitgliedern. Bei all dem wunderbaren Tun und Machen über die letzten fünf Jahrzehnte wurden die Mitglieder des Lines-Club Frankenberg-Jeder sicherlich, die sich wie selbstverständlich in freundschaftlicher Solidarität von ihren Partnerinnen und Partnern unterstützt. Hierfür an dieser Stelle ein aufrichtiges, herzliches Dankeschön Ihnen allen. Als kleines Zeichen der Anerkennung überreiche ich Ihnen heute im Namen des Distriktes unseren Stiftungslöwen. Und als Zeichen meiner Anerkennung und Ihrer Arbeit bezüglich Ihrer Activity der Spaltkinder möchte ich Ihnen dabei Möchte ich Ihnen eine kleine Spende meinerseits von 50 Euro und eine kleine Spende von meiner Tochter Aila, auch 50 Euro, für Ihre zukünftige Arbeit überreicht. Applaus Darf ich ein Bild vor dem Löwen? Ich finde diesen Löwen so wunderbar. Herr Beiden, wir zeigen uns ein, ein Gelegenheit. Frau Pollard, ich bedanke mich ganz herzlich für das, was Sie uns gerade mit auf den Weg gegeben haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Löwen. Es ist normalerweise üblich bei uns, dass zu jedem Clubabend der Löwe die Runde macht und jeder darf irgendetwas reintun. Ich meine, dieser Löwe hat den Vorteil, er hat unten ein Loch, aber das werden wir stopfen. Und unser Löwe ist auch vor einigen Monaten, glaube ich, irgendwie zerbrochen und jetzt haben wir einen neuen Ersatzlöwen und deswegen passt das unheimlich gut. Ganz herzlichen Dank, ich gebe Ihnen beide an unseren Schatzmeister. Lothar, du hast einen neuen Löwen. Danke. We are getting a bit more in touch than this evening. Joumelache, twinning. Coming together is a beginning. Staying together is a progress. Working together is a success. Henry Ford. Wir leidens glauben daran, dass die Verbindung über internationale Grenzen hinweg das gegenseitige Verständnis und die Partnerschaft stellen. Wir pflegen das seit vielen Jahren, das haben wir gehört, mit unserem Partnerclub in Farnham in England. Um erfolgreich an Projekten arbeiten zu können, braucht es zwei Diener. Es braucht Clubs, die miteinander erfolgreich an Projekten arbeiten und es braucht Menschen, die diese Zusammenarbeit und diese Verbindung pflegen. So, welcoming our friends, from Farnham, the twinning official, that's correct, right? And unseren Joubelage-Beauftragten unseres Clubs in Falkenberg, Thorsten Sprunghans, der uns zu unserem Spendium in diesem Zusammenhang noch einige Informationen geben wird. Und wie das zusammenhängt, werden Sie gleich herlegen. Schönen Tag. Meine Damen und Herren, liebe Neuenstunde, ich spreche mit euch. Ja, ich bin Jim Lawson vom Farnham Lions Club in England, seit mehr als 25 Jahren verbindend und ein wunderbares Jubelage mit Lions Club Frankenberg. Veränder dieser Seite haben wir uns gegenseitig zu Hause befürchtet und wir gemeinsam ein großes Sommergeld für Fultigelhelder stecken auf der ganzen Welt gesandt. Ich möchte den Frankenberger Leiden zum 15-15 Geburtstag gratulieren und hoffe, dass der Club weiterhin den guten Bergern der Region Frankenberg und der ganzen Welt dienen wird. Wir haben ein kleines Tumpen, ein Geburtstagesgeschenk für euch, Frau Präsidentin. Vielen Dank. 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 Ich danke euch allen, dass ihr meinen Deutschspracher so glückt habt und ich hoffe, ihr kommt, dass Meister der Bormenwürste. Ich danke dir ganz herzlich, mein Mikrofon funktioniert. Ja, hören wir das? Ja, hören wir das? Entschuldigung, ich hab mich noch selbst nicht gehört, deswegen, Herr Bürgermeister, Entschuldigung, die Technik ist natürlich toll. Ganz herzlichen Dank für die Ansprache, ganz herzlichen Dank für das Kommen, ganz herzlichen Dank für dieses Geschenk, das sieht nach Hand gemacht aus. Ja, und darüber freuen wir uns sehr. Und diese 3.000 Euro werden wir sehr gern in unsere Spendenaktivität aufnehmen. Und es wird dann 10 Operationen geben und 10 Kinder hast du heute Abend glücklich gemacht mit ihren Familien und das ist einfach ganz toll. ganz herzlichen Dank. Applaus 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 Ja, und wie unser Präsident ganz am Anfang schon gesagt hat, wir sind alle mit auf eine Reise genommen worden, und auf diese Reise möchte ich sie ein Stück weiter mitnehmen. Herr Ball sagte schon, unsere beiden Clubs sind Farnem und Frankenberg, verbinden inzwischen um die 30 Jahre Zusammenarbeit. Das sind Freundschaften entstanden und gegenseitige Besuche. Wir haben uns aber nicht nur einfach so getroffen, sondern diese Zusammenarbeit ist das, was uns ausmacht. Wir haben uns gegenseitig über mehrere Tage besucht. Wir waren zum Beispiel in Dresden, kein einfacher Besuch für unsere englischen Freunde. Wir waren gemeinsam in London über mehrere Tage und wir waren zum Beispiel auch über mehrere Tage in Berlin. Wir haben uns auch gegenseitig über Activities besucht. Unsere englischen Freunde aus Farnem kamen bei den Flohmärkten, die uns früher ja ganz groß ausgezeichnet haben hier. Sie kamen mit zu der Weindese, sowohl zum Lesen als auch zum Trickanspielen, ja klar. Wir haben gemeinsam den Spechtturm im Wildgehege in Frankenberg aufgebaut. Wir haben Kleiderspenden gesammelt für Weißrussland in Gommel und ein Chicks Medical Center in Kerala, Indien unterstützt. Und seit kurzer Zeit arbeiten wir zusammen, was wir in Frankenberg seit 10 Jahren kennen, den Adventskalender, machen unsere Freunde inzwischen seit 2 Jahren. Da haben wir mal geholfen, ihnen auf die Reise zu kommen. Und als der heutige Tag anstand, haben wir natürlich auch gesagt, wir wollen was Gutes tun. Dann haben wir gesagt, was können wir gemeinsam Gutes tun und dann haben wir gesagt, wir schranken ein wenig ab von dem, was uns beim Adventskalender auszeichnet, nämlich lokales Geld für lokale Projekte. Wir sind international, das, was Lions auszeichnet. Als erstes genannt in den Zielen der Völkerverständigung, die internationale, leben wir ja schon. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auch ein internationales Projekt. Das wollen wir gerne unterstützen. Und da kam uns zu Pass, dass unser ehemaliger Präsident 2020, ich kann mich gut erinnern, im Januar einen Herrn eingeladen hatte, dessen Name in Frankenberg durchaus bekannt ist. Dr. Daniel Lohnitsch aus der Zahnarztfamilie Lohnitsch, nämlich, der nun kein Zahnarzt geworden ist, sondern Kieferchirurg. Wie kam das? Der hat eine internationale Ausbildung gemacht, ist durch die Welt gereist. Und einer der großen Menschen, die ihm geholfen haben, so hat er uns dann im Abend gesagt, das war ein großer Geschenk dieser Abend, großes Geschenk für uns alle, war in Vietnam. Ein Arzt, der dort ihm beigebracht hat, wichtige Schritte, wie man eben im Kiefer operiert. Und er hat auch das Leid gesehen von Kindern, die eben diese Kiefer-Gaum-Kiefer, wie heißt das nochmal genau? Diese Kiefer-Gaum-Lippen-Kiefer-Gaum-Spalter, also Lippen-Kiefer-Gaum-Spalter. Und er hat doch gesehen, was man doch Gutes tun kann. Er hat gesehen, wie diese Kinder ausgegrenzt werden, wenn sie mit dieser Lippe leben. Die haben also nicht nur ein Problem, von ihrer Mutter gestillt zu werden und die Unterernährung, die Herr Ball schon angesprochen hat. Nein, sie leben in der Gesellschaft nicht wirklich mit. Es geht sogar weiter, die Mutter wird ausgegrenzt, weil natürlich in diesen unterentwickelten Ländern diese Frauen als die Schuldigen quasi hingestellt werden und sich zurückziehen vom Leben der Gesellschaft. Ein Schulbesuch, der so schon schwierig ist, wird noch schwieriger. Das heißt also, wenn man dort mit einer solchen Operation hilft, hilft, hilft man nicht nur diesem einen Kind, sondern der ganzen Familie, die oft mehr als die Köpfe in einer üblichen Familie haben. Alles das haben wir gemeinsam besprochen und haben gesagt, dann wollen wir das gemeinsam tun. Das ist international, das ist das, was uns verbindet. Kinder sind sowieso ein schwaches Bild in unserer Gesellschaft und dann auch noch solche Kinder, die mit einer Fehlenbildung zur Welt kommen. So haben wir also das beschlossen und Farnheim hat dann sogar 3.000 Euro heute dazu gegeben. Ich kann sagen, es gibt weitere, etwas größere Spender, die sich beteiligt haben an diesem Projekt. So hat die Stadt Frankenberg, um sie zuerst zu nennen, 3 solche Operationen finanziert. Die Sparkasse Waldeck-Frankenberg hat 3 Operationen zur Verfügung gestellt. Familie Weil mit ihrer Familie und dem Unternehmen auch 3 Operationen. Meine Frau und ich mit unserem Unternehmen spenden auch 3 Operationen dazu. Und heute Abend habe ich gehört, die Volksbank auch mit 2 Operationen. Viele von Ihnen haben schon gespendet, das weiß ich. Ich habe den Vorsitzenden unseres Hilfsdags vorher gefragt, ist da schon Geld eingegangen? Sagt er, ja, da ist schon was eingegangen. Aber vielleicht haben wir Sie, die Hübschdame an dem runden Tisch oder dort an dem runden Tisch oder schick angezogenen Namen dort oder Herren, heute mitreißen können, dass es Ihnen einen Schubs geben, alleine oder mit Ihren Nachbarn zusammen, eine weitere Operation mit auf den Weg zu geben. Wir würden uns sehr freuen. Herr Dr. Lohnisch hat uns gerade mitgeteilt, dass er weiterhin ehrenamtlich tätig ist in dieser Gesellschaft Deutsche Kleft Kinderhilfe und nach zwei Jahren Corona-Pause in diesem Winter wieder aktiver an Vietnam. Er fährt ehrenamtlich, fliegt nach Vietnam und operiert in Ho Chi Minh City und Hanoi. Und er konnte in diesem Winter selbst wieder 60 Kinder operieren und 60 Kindern, 60 Familien damit eine neue Zukunft geben. Und er hat nochmal bestätigt, dass das Geld ankommt. Diese Organisation Deutsche Kleft Kinderhilfe hat das deutsche Spätensiegel, hat deutlich unter 20 Prozent Verwaltungskosten und er wird uns berichten, wie unser Geld verwendet worden ist. Also, vielleicht reißt sich die Mensch, motiviere ich Sie. Wahrscheinlich bräuchte mir hier eine Dame, die würde noch mehr motivieren. Machen Sie mit. Tun Sie noch was rein. Wir nehmen Ihre Zusagen entgegen an Ihrem Tisch sitzen und freuen sich für Ihre Zusagen. Herzlichen Dank. Applaus Danke ganz herzlich, Jim. Und danke, Herr Spohnertz, dass Sie eben diese Summonation mit England so weit aufrechterhalten und dass wir ständig hier, welche neue Unternehmungen gemeinsam starten können. Sie haben es nicht erwähnt, in den 14 Tagen oder drei Wochen ist die Vier-Ex. Die Vier-Ex ist eine ganz wichtige Veranstaltung in Farnhelm. Ich war leider selbst noch nieder. Aber irgendwann werde ich das auch mal schaffen. Und deswegen viel Spaß bedeutet, zum Beispiel für alle in England auch hier auszuschenken und zu verkaufen und ganz sicher auch mal das eine oder andere probieren. Dankeschön. Applaus Es folgt das Dessert. Frau Dieter in Ordnung. Suavita in Ordnung. Hart und klar in der Sache. Mit wildem Ton. Meine Damen und Herren, Sie werden vielleicht Ahren und WC mal. Was die Eigenschaften verleiht, das wissen wir nicht. Ob es ihre juristische Prägung ist, ob es ihre Persönlichkeit ist. Es steht uns nicht zu, das zu beurteilen. Was uns aber zusteht, ist, dass wir beobachten. Und zwar, wir beobachten über viele Jahre eine beeindruckende politische Karriere mit vielen Ämtern und vielen Erfolgen. Und da haben wir sie gesehen, die Art und Weise klar den Standpunkt zu vertreten. Das sind eine Art, die sich immer stets wertschätzt. Es würde zu lange dauern, Belege dafür anzuführen. Es gibt zu viele. Ich will zwei Anführer. Das politische Planenspielen der Koalitionsbildung zu einem äußerst frühen Zeitpunkt in einer ungewöhnlichen Konstellation im Schwarz-Grün und Landesbieter. Und es ist vielleicht viele von uns noch eingängig aus den letzten Jahren. Sie waren jetzt ein Kompass für das, was uns auch in turbulenten Zeiten wie der Corona-Pandemie widerfahren ist. Sie haben uns da durchgelost. Sie haben klar auch manchmal nicht ganz nachvollziehende Regelungen, die von Bundesebene auch kamen und Landesbieter und so weiter. Sie waren stets der Kompass und haben Ruhe und Orientierung geboten. Das hat uns geholfen. Das sollen zwei Belege sein. Sie sind vielfach geehrt. Auch da möchte ich zwei Ehrungen ansprechen. Das eine ist das große Bundesverdienstkreuz mit Stern am Schulteramt. Das andere, Sie sind Sportmann. Aber 2005, die Silber der Ehrenhalte, der geht jetzt auch noch. Sie sehen es mir nach, wie ich es alle zitiere. Heute ernten Sie uns mit Ihrer Anwesenheit, der Wertschätzung der Aufgaben der Lions, der Servicegruppe zum Allgemeinen des Ehrenabtes. Wir danken Ihnen. Meine Damen und Herren, ich freue mich mit Ihnen zusammen, einen Staatsmann und den Landespapa meiner Jugend zu begrüßen. Das ist vollkommen okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Landtagskolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Frau District Governor-Elect. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre freundliche Einladung und natürlich auch für die herzlichen Glückwunsch. Und es soll eigentlich so sein, dass es einen schönen Abend wird. Und wenn um 21.30 Uhr der Festvortrag steht, dann sind wir ungefähr so in der Ebene des Wortes zum Sonntag. Bis jetzt war es schön, denn ich bin total. Festvortrag 50-Jähriges Jubiläum erfordert mindestens eine Stunde im Tiefgang von Goethe, Shakespeare und die Welt. Lassen wir uns mal alles weg. Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken und Ihnen katholieren zu Ihrem außergewöhnlichen Fest. Ich komme da gleich drauf, nochmal zurück. Vorneweg will ich allerdings zwei Bemerkungen machen. Philipp, sorry da. Ihr jugendlicher Bürgermeister ist zweimal hier hochgejumpt. Ich hätte mir überlegt, wenn du da mithalten willst. Ich erinnere mich, das passt zu der silbernen Ehrennadel der Kickers Offenbach. Es war in Offenbach. Es war auch sowas ähnliches. Und da habe ich gesagt, dein Himmel als Sportler musst du natürlich verumhalten. Und bin da hoch. Ganz elend war. Von da bis da hat das genauso. Und es war so ausgeleuchtet und wie das heute häufig ist. Nicht am Pult, sondern mit dem Mikro geht hin und her. Und ich merkte, diese Hose senkte sich immer weiter. Es war eine gewisse Herausforderung, diesen Auftritt hin zu bringen. Deshalb habe ich mich entschieden, lieber Bürgermeister, hinten hoch. Sie haben da so zwei bei Markungen gemacht, da komme ich gleich drauf. Aber eins möchte ich loswerden. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ist das die erste größere Veranstaltung, auch mit Restauration, mit mehrgängigem Menü und allem drumherum. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde, die haben das super gut gemacht. Das war eine große Herausforderung. Dankeschön. Applaus Also, danke an die Küche. Das Zweite. Herr Nessler kenne ich schon zu. Na, weit über 20 Jahre. Und es stimmt. Gelegentlich wird ja immer so gesagt, na ja, die Nordhessen. Und die fühlen sich ein bisschen zurückgelassen. Und die Südhessen und der Rhein-Mainer sind in sonderer Weise von sich überzeugt. Ich glaube, es hat nie gestimmt. Aber eins muss ich schon mal sagen. Ihr Appell an das Selbstbewusstsein verantwortet. Also, die Halle ist toll geworden. Es ist schön. Aber ich muss ehrlich sagen, diesen Vergleich... Elbphilomanie, sozusagen als kleinen Angeleitsstätte in einer Kreisstadt an der Nordsee. Gegenüber einer grandiosen Halle, lichtdurchflutet, modernste Technik. In einem der Zentren Europas. Und nicht hier in Frankenberg. Lieber Bürgermeister, eins ist Ihnen gelungen. Selbstbewusstsein ist gut. Applaus Damit haben wir jetzt mal zwei Elemente, ne? Selbstbewusstsein, gutes Essen, schönen Abend. Aber... Es muss passbar sein. Wir haben es mehrfach gehört und ich will das nicht alles wieder erwähnen. 50 Jahre Lines ist 50 Jahre gelebende Solidarität, Gemeinschaft. Hilfe vor Ort, aber auch Hilfe in der ganzen Welt. Und es ist etwas, was sich dadurch auszeichnet, dass es nicht vom Staat verordnet ist. Das ist nicht unter einer Art sozialen Druck. Nicht über Social Media, nach dem Motto, wenn du nicht mitmachst, geht zum Blitzsturm oder was auch immer. Sondern es ist die Frucht der Überzeugung, dass wenn Menschen sich zusammen tun, sie zusammen kommen und miteinander auch Gemeinschaft pflegen, was für sich bis hin schon toll ist. Aber von Anfang an, das gilt auch für die anderen Geräte-Glubs, aber das ist vielleicht ganz schwierig, diese Gemeinschaft immer auch nicht nur für sich, sondern ganz bewusst auch für andere. Diese beiden Dinge zusammenzuführen, das macht euch aus. Immer wieder. Und der ein oder andere lächelt vielleicht gelegentlich. Naja, Likes, das ist so ein vorneber Haufen und so. Leicht elitär oder was auch immer. Das stimmt nicht. Wir haben viele Likes-Clubs im Lande, Rotaries und andere. Und das, was sie geleistet haben und ich habe mir das angeschaut, sie waren so freundlich und haben mir dazu geschickt, was sie alles gemacht haben. 50 Jahre. Tja, der ein oder andere kann sich vielleicht noch erinnern, dass sie begründet wurden. Es hat sich so viel verändert in diesen 50 Jahren. Aber der Kern dessen, worum es bei Lien es geht, der ist geblieben. 1972, 73. Wissen Sie doch, was da war? Da war gerade eine große Wahl in Deutschland. Willy Weyland. Willy Brandt. Nobelpreisträger. Und wir waren erfüllt in Deutschland. Dass wir jetzt einen neuen Weg beschreiben. Einen Weg beschreiben, der uns ermöglicht, sozusagen, aus den Gräben des Kalten Krieges heraus. Das war in Deutschland nicht gut umstritten. Da erklärt auch jeder seinen Blickwinkel. Aber wir haben uns in den größeren Zusammenhang gestellt. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Und das war der Versuch, ein neues Kapitel aufzuschreiben. Natürlich ein Kapitel, das es am Ende ermöglichte, das Völker, das Menschen miteinander lehnen könnte. Aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Aber jedenfalls immer ohne Krieg. Es hat einige Zeit gedauert. Und da wird sich anschauen, was so am Anfang hier gemacht wurde. Und sie haben ja alles Mögliche gemacht. Die Weihnachten schieben. Die Weinlese. Rumänienhilfe. Tschernobyl. Und viele, viele Dinge. Klasse 2000. Bücherecke. Und ganz stark Hilfe für junge Menschen. Auch Orientierung im Leben. Die Wiedervereinigung. Danach haben wir gedacht, auf dieser Welt geht es jetzt in die richtige Richtung. Francis Fukuyama hat erklärt, das Ende der Geschichte. Überall wird sich durchsetzen. Überall wird sich durchsetzen. Die Demokratie. Überall wird sich durchsetzen. Die Marktwirtschaft. Mit nicht. Einige Jahre haben wir geglaubt, das wird schon. Deutschland war dann der Krankenmann Europas. Wenn ich mich erinnere. Anfang der 2000er Jahre. Da haben wir eine beispiellose Hopfersjagd hingelegt. Dann kam eine Krise nach der anderen. Finanzkrise. Welche Krise. Corona. Ja. Aber alles in allem war das für uns Tolle da. Und in dieser Zeit hatten Sie die Chance, als Lions gemeinsam mit anderen eine ganze Menge Gutes zu tun. Und wenn man den 50. Geburtstag hat, dann schaut man ein bisschen zurück, um sich zu orientieren, wo stehen wir denn eigentlich. Aber auch um eine Perspektive für die Zukunft zu gewinnen. Wo wollen wir eigentlich hin? Was muss sich ändern, wenn wir weiter erfolgreich bleiben wollen? Was müssen wir bewahren, damit unsere Substanz erhalten bleibt? Und wie können wir in einer Welt, die so gefühlt unglaublich durcheinander ist, wo alles irgendwie gleichzeitig kommt, wie können wir Orientierung geben, Kopfass gewinnen und vielleicht den Menschen ein Stück halten? Meine Damen und Herren, klingt sehr theoretisch, aber kennen Sie alle die Stichworte. Bis vor relativ kurzer Zeit haben wir geglaubt, Corona sei die größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Stimmt. Das war die größte. Noch nie hatten wir etwas, was jeden Menschen betroffen hat. Jeden. In sehr unterschiedlicher Weise. Es war eine durchaus herausfordernde Zeit. Ich habe in dieser Zeit 400.000 Briefe und Mails bekommen. 400.000. 60 Leute waren mit nichts anderes beschäftigt, als die Dinge irgendwie zu sortieren. Und sie haben gesagt, das ganz Wichtiges will ich haben. Ich kann nicht jeden lesen. Aber ich habe am Tag geschnitten, lese ich dann schon 500 Stück. Von einer meiner Spezialitäten seit vielen Jahren ist, dass sich, wenn Leute mir schreiben, samstagsabends oder sonntagsabends die Anrufe. Ich kann Ihnen sagen, es hat eine Wirkung, die ist beeindruckend. Das erste ist, äh, nee, der ist klar gespitt. Das ist halt wie Fake-Geld. Was verarschen? Das war die ganze Zeit selbst. Der alte Mann da. Ihr Brief ist von Sophie. Ihre Mutter heißt Eleonoren. Und sie ist im Altenheim St. Anna da und da. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so Briefe lesen. Ei. Dieter Orbel, die Gretel gar nicht, wie es uns geht. Warum erzähle ich das? In außergewöhnlichen Situationen sowieso, aber auch sonst, muss man sehr aufpassen, dass das Vertrauen der Menschen nicht überstattet wird. Die allerwenigsten verstehen die Details. Aber Sie haben ein Grundgefühl dafür, ob es trocken in die richtige Richtung geht oder in die falsche Richtung. Sie haben ein Grundgefühl dafür, dass sie ernst sind. Diese Albernheiten führen jeden Abend drin, ein Virologe im Fernsehen. Wenn ich da heute dran klinge, könnte ich doch nie runter springen. Das nützt natürlich gar nichts. Nun. Und was machen Sie, wenn Ihnen eine Frau schreibt, ich bin 87. Seit vier Monaten darf niemand in mein Zimmer. Dann schicken Sie mir einen, der mir das Gift gibt. Ich habe das vergessen. Ich bin mal her. Was machen wir mit jemandem, der entbinden will und sagt, ich will das mal machen, kommt. Und die Klinik sagt, hier kommt keiner rein und keiner raus. Manchmal kann es der Helden mit diesem und jenem Telefonieren. Aber natürlich. Und viele, viele Sachverhalte. Natürlich, auch ihr konntet nicht zusammenkommen. Und bis vor kurzem findet man das alles für die größte Herausforderung. Wir können dankbar sein, dass wir so schnell einen Impfstoff haben und dem Großen und Ganzen das auch ganz gut hinbekommen. Was mir viel wichtiger ist, in schwierigen Zeiten braucht eine Gesellschaft Orientierung. Orientierung heißt nicht jeden Tag Vorschriften machen. Orientierung heißt schon gar nicht diesen albernen parteipolitischen Abgleich. Orientierung heißt, Menschen müssen das Gefühl haben, dass im weitesten Sinne die dort oben ein kleiner Museum sind. Und dass sie verstehen, was die Menschen bewegt. Und nun der Krieg. Zum ersten Wahlkrieg, seit dem Zweiten Weltkrieg, mitten in Europa. Wir würden alles verändern. Ich warne sie zu glauben, dass die Angelegenheit in Kürze erledigt sein würde und dass alles wieder so wäre wie vorher. Und ich werde grobe täuschen. Das wird mir nicht so sein. Ich verstehe alle die Sorgen haben, manchmal auch Ängste, was passiert dabei. Ich kann Ihnen nur sagen, nach meiner Überzeugung wird die Frage, wie das dort ausgeht, über die Zukunft Europas entscheiden. Ob sie hier in Frankenberg ein freies Land bleiben oder ob sie in einer Diktatur leben. Jetzt können Sie sagen, der Hauptspiel vor sich hin. Das ist die Erfahrung eines langen Lebens. Und die Geschichte wiederholt sich nicht unbedingt. Aber man kann daraus lernen. Persönlich kann ich Ihnen heute Abend sagen, ich war von 1998 bis 2010 in der Parlamentarischen Versammlung der NATO. die Hälfte dieser Zeit als deutscher Vorsitzender. Das war die Zeit der NATO-Osterweiterung. Ich saß im NATO-Russlandrat, kannte die alle. Und wir waren überzeugt, dass wir eine gemeinsame Zukunft bauen können. Und wir haben uns bitterlich getäuscht. Annalena Baerbock hat erklärt, wir sind aufgewacht in einer neuen Welt. Das ist richtig und falsch zugleich. Aufgewacht sind wir jetzt endlich. Neu ist die Welt nicht. Wir hätten das sehen können in Tschetschenien. Wir hätten das sehen können in Syrien. Wir hätten das sehen können in der Krise. Wir wollten das nicht sehen. Das ist die schlichte Wahrheit. Und heute bezahlt die Krise, nicht nur die Krise, sondern die Ukraine den Preis dafür. Während wir hier fröhlich miteinander feiern, müssen wir Millionen Menschen hoffen, dass sie die Nacht überstehen. Großvielkriegsführung ist in erster Linie immer gewesen, die Vernichtung der Zivilbevölkerung. Und zwar ausschließlich. Die greifen nicht die Zivilbevölkerung, sie greifen die Krankenhäuser, die Juden und alles sonst, um den Widerstand zu brechen. Und deshalb beschäftige ich mich das ungemein. Was können wir tun? Wir wollen nicht den großen Krieg riskieren. Aber ich bin definitiv davon überzeugt, dass es nicht gelingt, die Ukraine so zu stärken, dass Russland ablässt. Dann wird er weiter machen. Dann kommt Mondanien dran. Dann kommt das Baltikum dran. Und wenn sie im Baltikum sind, sagt ihnen das jeder. Übrigens in Polen auch. Dann werden wir die gleiche Diskussion führen. Sollen wir lieber nichts machen? Das ist eine schwierige Situation. Und deshalb, ja, wir leben in einer Zeit Multi-Liftskrisen. Wir haben das. Wir haben große Herausforderungen in Europa. Wir haben die Herausforderungen des Klimawandels. Wir haben die Herausforderungen der Inflation. Wir haben Herausforderungen in vielen Bereichen. Und viele Leute fragen noch, haben wir die Kraft? Kriegen wir das hin, irgendwie dem eine Antwort zu geben? Das wird nicht einfach, das wird nicht leicht. Und nach meiner Meinung zu haben, wie können wir das? Das können wir, wenn wir das bewahren, was uns eigentlich stark gemacht wird. Nämlich eine freie Gesellschaft zu haben. Eine Gesellschaft, die Kraft hat, die Mut hat. Und die dort vorne nicht nur die schwarze Wand zieht, sondern eine strebenswerte Zukunft, gerade für Juga-Menschen. Und wenn man das vergleicht, welche Herausforderungen wir haben, aber auch welche Chancen wir haben, dann glaube ich, dass das gelingen kann. Mit wenig Ideologie, am besten gar keiner, viel Technologie, viel Klugheit und raschen Entscheidungen. In all diesen Dingen ist noch nur noch nach oben. Das sind auch noch. Aber ich möchte gerne Sie mitnehmen. Ich möchte Sie mitnehmen als Bündnispartner für eine gute Zukunft. Mich stört, dass man gelegentlich den Eindruck haben muss, in der öffentlichen Debatte werden nur noch die gehört, die entweder besonders laut schreien, besonders außergewöhnlich sind. Oder irgendwie eine Ecke machen, über die dann alle Medien berichten, wo man sich gelegentlich fragt, kommt der normale Bürger? Kommt die normale Familie eigentlich noch vor? Machen wir mal den Test und schauen Sie mal taglich aus. Genau, wenn diesmal schreit, erinnert Sie nichts mehr. Bei heute nicht anders. Sie werden es wahrscheinlich nicht tun, wenige Frau. Wenn Sie aber auf die Idee kommen und der Bürgermeister Sie lässt und der klickt und Sie kleben sich vor seinem Rathaus fest. Dann habt Ihr das Glück hier, dass es zu weit ist, für die meisten Quartesender nach Bannberg zu kommen. Aber Sie können sicher sein, Sie beherrschen wie Flaggzeiten. Wenn Sie auf die Idee kommen und sagen, passt mal auf, wir haben da ein tolles Projekt, ohne dass uns einer dazu gezwungen hat. Sondern weil wir glauben, uns geht es gut. Wir wollen einen Beitrag leisten und wir machen etwas, weil wir glauben, dass wir so Menschen ganz konkret helfen. Wir wollen 50 Kindern, die eine Daumen tiefer streitende Erkrankung haben, die Möglichkeit geben, dass sie geheilt werden können. Das machen wir freiwillig. Das machen wir aus Anlass zum Beispiel unsere Nulläums, unsere Charta-Reiter. Glauben Sie im Ernst, Sie hätten auch nur die Chance, im Hinterländeranzeige ein Bild unterzubringen. Glauben Sie im Ernst, irgendein Medium würde das aufnehmen? Natürlich nicht. Wenn aber hier vorne drei Mann erklären, irgendwas Irgendwas völlig Außergewöhnliches ist. Und am besten noch, dass Sie diskriminiert würden oder was soll ich machen? Und wenn Sie ein Geschick anstellen, in Social Media habe ich da irgendeine Maschine, Ports, 5000 Stück, können Sie sofort raushauen. Dann haben Sie Wirkung erzählt. Und das stimmt nicht. Und deshalb sehen Sie meine heutige Anwesenheit einmal als Referenz und Anerkennung für Ihre Arbeit. Aber als, wenn Sie so sagen, ewigen Feldzug für das, was mir wichtig ist. Diese Gesellschaft wird nicht zusammengehalten durch Behörden. Die wird nicht zusammengehalten durch Vorschriften. Sondern durch den Kammensens eine Gesellschaft. Und wenn an den Rändern es stärker wird, entweder weil die Menschen unzufrieden sind oder weil sie ideologisiert sind, dann kommt es darauf an, dass die Mitte möglichst zusammenhält. Unterschiedliche Meinungen gehören zur Demokratie. Wenn einer eine andere Meinung hat, ist er nicht mein Feind. Er hat eine andere Position. Okay, lass uns regeln, wer sich durchsetzen. Und wenn wir das nicht alleine hinkriegen, dann haben wir in der Demokratie ein Mittel, um zu entscheiden, sind Mehrheitsentscheidungen. Und der Kern der Demokratie ist formal gesehen eine Mehrheitsentscheidung. Aber auf Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Unterlegenen sie akzeptieren. Und ganz nebenbei, die, die die Mehrheit haben, es nicht übertreiben. Juristisch nennen wir das Minderhaltenschutz. Das ist der Kern von allem. Wir brauchen nicht reden über Steuerfragen, über Klimafragen. Das werden Sie alles nicht hinbekommen, wenn Sie eine Gesellschaft nicht zusammenhalten. Gerade wenn so viele Herausforderungen sind. Und deshalb werbe ich dafür zu sagen, unterschiedliche Meinungen sind in Ordnung. Ich komme gleich zum Schluss. Soll ich sagen. Tja, ich möchte es doch nicht sehen. Jetzt gehen verdammt nochmal, dass die die Soße gegangen sind. Gibt es. Also, Mehrheitsentscheidungen und die Akzeptanz meiner solchen Entscheidungen. Und deshalb bin ich sehr, sehr skeptisch und halte es für verhängnisvoll, wenn wir eine Entwicklung haben, in der Gruppen auftreten, die für sich erklärt, dass nur Sie und sonst niemand weiß, was zu tun ist. Die sagen, die Sätze interessieren mich nicht. Mehrheitsentscheidungen interessieren mich nicht. Mehrheitsentscheidungen interessieren mich nicht. Weil ich ja nicht nur im Besitz einer Erkenntnis bin, sondern weil diese Erkenntnis auch rechtfertigt. Jeglichen Rechtsbruch. Jeglichen Bruch all dessen, was wir als Kern immer gelernt haben. Und das ist nicht banal. Mit Verlauf der Marburger Oberbürgermeister hat aus meiner Sicht eine Katastrophe gegeben. Also, wer dieses Grundprinzip der Demokratie, Mehrheitsentscheidungen zu achten, Gesetze zu achten, auch wenn es mir nicht gefallen, abkauft, der macht sich ja preisbar. Heute kommen die einen und morgen die anderen. Ich halte das für bedenklich. Und wenn Sie hier irgendwo falsch parken, können Sie abgeschleppt und Bußgeld bezahlen. Das können Sie ganz einfach machen. In Zukunft wird das in Frankenberg abgeschafft. Sie legen vorne überall eins rein, kommen von Last Generation, ich bleibe hier stehen. Wir müssen nichts bezahlen, dann sind Sie auch kein Bußgeldzünder, sondern dann sind Sie Aktivist. Und jetzt frage ich mich mal, wie gekloppt sind die Halle geworden? Wenn sich jemand von der Autobahn abseilt, die ganze Autobahn wird gesperrt. Wir haben hier in Hessen einen schweren Unfall gehabt. Fehlt mir jedes Verständnis, wenn dies akzeptiert wird. Ich halte das. Ich halte das Verständnis für andere Positionen. Natürlich. Ich habe es vorhin bewusst gesagt, das sind nicht meine Feinde, das sind nicht die Terroristen. Aber während den Anfängen. Heute sind es die und morgen sind es jeder. Die Reichsbürger werden uns dann erklären, was man tun darf. Und mit Verlaub, alterweise Männer wie ich dürfen dann gar nicht mehr reden, weil wir es uns kulturell aneignen. Da fragst du dich doch, wo sind wir denn eigentlich geblieben? Ich nutze die Gelegenheit zu bekennen. Ich habe Karl May gern gelesen und habe auch die Wiener-Tuchfilme geguckt und glaube trotzdem nicht, dass ich ein Verächter der indianischen Kultur bin. Meine Damen und Herren, das sind die Worten. Deshalb grünte ich mir, dass ein paar Dinge mal zurechnen könnte. Im politischen Meinungskampf gibt es unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Leidenschaften, alles in Ordnung. Ein Amt, wie ich es verstanden habe über viele, viele Jahre, ist etwas anderes. Ein Land zu führen ist mehr als ein Parteitum in Stimmung zu bringen. Ein Land zu führen ist auch das Verständnis, dass man für Menschen da ist, die einen nicht gewählt haben. Ein Land zu führen bedeutet auch, und gerade in schwieriger Situation eine Idee zu haben, was man konkret tun kann. Und vor allen Dingen, wie man miteinander umgeht. Und dieses Umgehen miteinander, das ist jetzt die Brücke wieder zu euch. Der Erfolg, der Löwe, das Symbol der Stärke. Hohe Sozialkompetenz für das Akut. Das könnte man bei euch auch sagen. Aber das, was Leidens auch dazu macht, ist von Anfang an der Gedanke der Völkerfreundschaft. Diese Völkerfreundschaft, die ist so wichtig. Und wir haben es heute Abend erlebt mit den Kollegen aus England. Wenn Menschen einander kennen, wenn Menschen einander erleben, ist zumindest die Chance, dass sie nicht aufeinander schießen, höher als sonst. Und wir erleben nun, dass 9 Kilometer von hier das alles ganz anders ist. Und ich wünsche mir zu eurem 50. Geburtstag zum einen, dass es immer Menschen gibt, die bei euch mitmachen. Die nicht sagen, pass mal auf, ich warte drauf, dass ein anderer was tut. Und nach dem Motto, ich habe keine Zeit, habe ich aber ein Problem, dann bitte für löst ihr alle gemeinsam ein Problem. So kann es nichts mehr. Also, freiwillig, mutig und nach den Regeln des demokratischen Miteinander. Es ist doch interessant, Charity-Gesellschaften finden sich in keiner Diktatur. Nürnens. Deshalb, dieser Gedanke der Freiglichkeit und der Gemeinschaft, auch über Grenzen hinweg, ist für mich untrennbar verbunden mit einem freiheitlichen System. Und freiheitliche Systeme, die sind keine Selbstloch. Die werden immer wieder betraut. Durch Gleichwürdigkeit, nach dem Motto, was macht's, links und rechts und sonst wo. Und dann mit den sozialen Medien haben wir eine neue Entwicklung, so neu ist es auch nicht mehr. Vieles ist wieder sagbar. Es gibt ja Antisemitismus und viele solche Dinge mehr. Und man muss in unserem Land kein Held sein, um für die Demokratie einzutreten. Die, die uns die Demokratie gebracht haben, an die Amerikaner, die dafür plötzlich geengt wurden, haben wir Leben gegeben. Das muss heute keiner mehr. Aber Demokratie braucht ein paar engagierte Demokraten. Und nicht nur welche, die immer am Rande stehen und hoffen, dass sie keiner was fragt. Und der Kern auch von eins ist der Kern der Demokratie. Und der Kern der Demokratie ist die Freiheit. Die Verantwortung von Freiheit. Und ich habe mir jetzt mal gerade überlegt, zum 50. Bei einem so hochnoblen Publikum. Also irgend so ein Klassiker muss her. Möte. Ja, auch schön. Ich bin ein bisschen weiter zurückgegangen. Aber ich glaube es stimmt. 2.400 Jahre ist es her. Sie wissen alle, wer es war. Ne? Nein. Herr Regles. Und ich hatte mal ein Gespräch. Er ist ein ganz junger Mann. Ich bin in der chinesischen Halle des Folges. Mit Chu Wen Lai. Der war damals Außenminister. Und ihr jungen Tümpel, Obergeister, der uns empfangen hat. Und dann hat er gesagt, sie können mal davon ausgehen. Egal in welchem System. Eltern haben eigentlich einen Wunsch. Dass es ihren vielen Dank gut geht. Und das verbindet uns auch über ideologische Grenzen. Das fand ich wirklich gut. Und das jetzt übersetzt. Ich habe nichts in die Mitte gerutscht, damit die Eltern... Das ist unser Wunsch. Und dieser berühmte Pericles hat anderslich in der Geheiligung von Tupitets. Das war ein großer Staatsmann in der Nähe. Er hat gesagt, was ist das Geheimnis des Glücks? Das Geheimnis des Glücks? Das ist die Freiheit. Und was ist das Geheimnis der Freiheit? Das ist der Mut. Dort, wo kein Mut aufzustehen und zu sagen, eben, so geht es nicht. Dort, wo kein Mut selbst was zu machen. Dort, wo keine Freiheit und wo keine Freiheit kein Glück. Und das wünsche ich euch. Nicht nur für die nächsten 50 Jahre. Sondern viele, viele Jahre mehr. Und wenn ihr es dann noch schafft, euren dramatischen Anteil an Frauen zu erhöhen. Von 1 über 2 nach 1. Dann haben Sie hoffentlich bemerkt, Frau Dr. Sommer, dass ich sogar den Weltfrauentag in meiner Rede noch runtergebracht habe. Und das und 22 Uhr am Samstagabend zwischen Sportschau und was es sonst noch alles gibt. Sie waren so freundlich, so lange zuzuhören. Ich entschuldige mich dafür. Aber es war eine Freude mit Ihnen. Glück auf! Alles Gute! Applaus Das war ganz schön, ne? Das war ganz schön, ne? Das war ganz schön, ne? Vielen Dank. Applaus dieser Halle. Der Bürgermeister hört sich freuen, wir haben noch eine weitere Neuigkeit. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für Ihre Worte. Was hätten wir heute Abend gemacht ohne Sie? Ich freue mich sehr, dass Sie auch in vielen Punkten genau das gesagt haben, was wir eigentlich tun. Und ich verspreche Ihnen zwei Dinge. Erstens, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und haben den Damenanteil um 100% erhöht. Wir werden weiter an diesem Projekt arbeiten und würden uns freuen, wenn wir viele Damen finden, die den nihilistischen Gedanken mit uns tragen, so wie wir den jetzt schon die letzten 50 Jahre getragen haben. Ich verspreche Ihnen weiter, dass wir die Arbeit so fortsetzen werden, wie wir dieses gemacht haben, denn es ist immer unser aller Wille. Und wir haben innerhalb des Klubs so gut wie keine Diskussionen, wir haben Aussprachen über alle möglichen Dinge, aber wir haben noch nie in irgendeiner Weise ein feindschaftliches Verhältnis von dem einen zum anderen oder von dem gehabt. Und das macht uns stolz, dass dieses so ist und wir werden alle daran arbeiten, dass dieses eben auf dieser Basis so weitergeht. Ich danke ganz herzlich für Ihr Kommen. Danke ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, dass Sie einen Blumenstrauß bekommen. Aber man hat mir gesagt, dass Sie morgen einen freien Tag haben. Und damit Sie heute schon den ganzen Tag unterwegs waren und sicherlich nicht dazu gekommen sind, auch einen Blumenstrauß Ihrer Frau mitzugeben, haben wir jetzt einfach mal ein Stück weit vorgegriffen und dürfen Ihnen diesen mitgeben, damit Sie sich morgen beide ein Stück weit daran erfreuen können. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich und herzlichen Dank für den heutigen Abend. Applaus Vielen Dank. 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 Das, was Sie gesehen haben, die Projekte, das Engagement, die Stimmung im Saal, all das, wenn Ihnen das gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Berichten Sie gerne davon. Wir wollten Sie mitnehmen auf eine Reise mitnehmen, die Projekte, die wir im Moment tun, aber die wir auch noch tun werden. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, spenden Sie den Stimmel. Es wird, und es wird, und das ist, glaube ich, es wird, und das ist, glaube ich, deutlich geworden, in den nächsten 50 Jahren für uns Land und Frankenbergs, für die Landsat International, für viele andere Service-Clips, für die Gesellschaft als solches. Und es wird, und das, wie wir dies tanto beeinflussen und unterstützen können, das ein Stück lindern können. Habe ich auf, die nächsten 50 Jahre einzutragen? Auf einen schönen Abend bleiben Sie gerne bei uns und denken Sie dran, leidens helfen. Vielen Dank.